Du liebst auch fremde Länder, Abenteuer, Reisen und ganz, ganz viel Action? Dann bist du hier genau richtig. Und wenn du schon immer überlegst, ob du diesen Schritt auch gehen kannst, eine Weltreise standen, für längere Zeit ins Ausland, dann möchte ich dir sagen, ja, auch das ist bei dir möglich. Denn ich gebe dir heute vier Wege mit, wie du von unterwegs aus, wie du auf deiner Weltreise oder auch in längerer Zeit im Ausland Geld verdienen kannst. Und am Ende, bleib auch gerne dran, gebe ich dir noch einen Tipp, was am einfachsten und am schnellsten geht, welche Möglichkeit du auch sofort starten kannst, dass du Geld im Ausland verdienst und auch deinen Traum an Sonnen, Strand und Meer verbringen kannst. Viel Spaß dabei! Hey, ich bin Caro und ich gebe dir heute vier Möglichkeiten mit, wie du vom Ausland oder auf Reisen, Weltreise Geld verdienen kannst. Und das ist so diese typisch deutsche Frage. Wir gehen in vier Monaten ins Ausland und da wird uns immer wieder gefragt, hey Caro, wie verdient ihr denn Geld? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte einfach für Möglichkeiten mit an die Hand geben. Und zwar die erste Möglichkeit wäre, du behältst deinen Job und arbeitest remote im Ausland. Und die zweite Möglichkeit wäre, du gründest einfach ein eigenes Business. Die dritte Möglichkeit wäre, du legst Geld an, das für dich arbeitet und dir ein passives Einkommen bringt. Und die vierte Möglichkeit wäre, du machst einfach dein Hobby zum Beruf. Ich erkläre jetzt zu jeder einzelnen Möglichkeit noch einmal etwas, wie wir das machen. Und zwar zur ersten Möglichkeit ist, du behältst deinen Job, bleibst im Angestelltenverhältnis und gehst auf Reisen. Ganz einfach, du packst deine Sachen, kündigst deine Wohnung, nimmst deinen Rucksack, deinen Van oder ziehst einfach in eine Unterkunft und arbeitest für deinen Arbeitgeber vom Ausland aus. Das heißt, alles bleibt wie gehabt. Du bleibst in Deutschland angestellt, du zahlst deine Krankenversicherung hier weiter und alle weiteren Versicherungen. Du kannst auch gerne deine Wohnung untervermieten. Die Möglichkeit besteht dann auch und kannst du noch ein bisschen Geld einnehmen. und arbeitest für deinen Arbeitgeber, wie gesagt, einfach nicht zu Hause, sondern am Strand, in der Sonne oder in einer anderen Unterkunft, in einem anderen Land, wo du auch immer willst. Zweite Möglichkeit wäre, du gründest ein eigenes Business. Was heißt das? Du kannst zum Beispiel einfach eine Gründung, also dich selbstständig machen, ein Business gründen, Unternehmen gründen, in dem du dich zum Beispiel als virtuelle Assistentin, Übersetzerin, Texterin oder auch einfach als Social Media Content Creator selbstständig machst. Das sind so die einfachsten Jobs, die du von heute auf morgen starten kannst. Übernimm einfach für Unternehmer, Unternehmerinnen, für Firmen Social Media Portale. Lade da die Texte hoch und auch einfach die Beiträge, unterstütze die Kommentare und das kannst du auch von überall machen. Du kannst aber auch als Coach, als Berater von unterwegs aus arbeiten oder auch einen eigenen Online-Kurs starten oder beginnst Bücher zu schreiben, die du dann als E-Book verkaufst. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wie du im Online-Business Geld verdienen kannst von unterwegs. Das wäre jetzt die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit wäre einfach, du hast ein Haus, du verkaufst das, du hast ganz, ganz viel Geld gespart und hast ein großes Repertoire an Vermögen und legst das einfach gewinnbringend an, das dir ein passives Einkommen bringt pro Monat. Das heißt, du legst dein Geld an, Krypto, Aktien, wir legen zum Beispiel auch ein Hanf an, die Gesundheitsbranche und pro Monat bekommst du dann ein passives Einkommen. Ja, und wenn du dann pro Monat 1.000, 2.000, 3.000 Euro passives Einkommen generierst, dann brauchst du nicht mehr viel arbeiten. Das wäre jetzt so die dritte Möglichkeit. Und die vierte Möglichkeit ist die, die am schönsten mit ist. Du machst einfach dein Hobby zum Beruf. Hey, wie geil ist es, du bist Fotograf oder du liebst es, Videos zu drehen. Du liebst es einfach, andere zu interviewen, machst deinen eigenen YouTube-Channel und baust da quasi dein kleines eigenes Business auf, verkaufst deine Fotos, verkaufst deine Videos und schon kannst du Geld einnehmen. So einfach ist es. Und ich habe dir ja versprochen, dass ich noch am Ende dir einen einfachen Tipp gebe, wie du von jetzt auf gleich auch Geld verdienst. Und zwar, wenn du hier deine Koffer nimmst oder deinen Rucksack und gehst zum Beispiel nach Australien oder Kanada, kannst du dir auch ganz einfach einen Job suchen und verdienst dort Geld, ganz normal wie hier in Deutschland und gehst da drei, vier, fünf Tage pro Woche arbeiten und kannst dann am Tagesende deine Zeit nutzen. Und das halte ich immer für eine begrenzte Zeit. Du kannst natürlich auch von Ort zu Ort wandern, von Unterkunft zu Unterkunft oder auch mit deinem Van, wenn du einen hast, auch damit rumreisen und verschiedene Arbeitsplätze oder Arbeitsstellen dort annehmen. Also die Möglichkeit besteht auch. Und wenn du wissen willst, wie wir unseren Van hier weiter ausbauen, dann bleib doch weiter dran und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann.